jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem video und ja leute im heutigen video möchte euch zeigen wie ganz einfach seltene designs auf eure fahrzeuge bekommen könnt das ganze machen wir wieder mit dem kartokar merch glitch ja ihr benötigt auf jeden fall eine jacht ebenso zugang zum lsk miet ebenso benötigt ihr dann noch einen maxwell vagrant den findet ihr auf sauzern sand andreas ebenso benötigte noch die hilfe von einem freund und das auto was ihr dann märchen wollte das heißt das auto wo ihr das design hinterher drauf haben wollt das funktioniert auch nicht mit allen fahrzeugen mit welchen fahrzeugen das funktioniert wird die fahrzeuge werde ich euch auf jeden fall in die video beschreibung schreiben müsst ihr da mal nachschauen unter mir dann würde ich sagen dann lassen uns auch schon direkt los starten wir begeben uns zunächst wieder zur arena dort bei der arena angekommen geben und sind wieder rüber zum ticket schalter wir drücken dann einmal steu kurz nach rechts sobald wir sind das menü reingeladen werden müsste einmal dem bot beitreten der sie im anderen zielmodus befindet für die playstation 4 heißt der anabag 2 p4 und für die playstation 5 heißt der anabag 1 p5 dem bot einfach beitreten so dann warten jetzt bis die erste meldung kommt wenn die erste meldung kommt spämen wir dreimal die x taste in dieser meldung bleiben jetzt drei sekunden drin bestätigen diese meldung einfach und schon sind wir verplätscht das merkt ihr daran dass unten links die minimap verschwunden ist und die options taste die könnt ihr auch nicht mehr drücken beim ja als nächstes lassen wir uns von unserem freund ins lsk mit einladen noch einfach die einladung annehmen dort im lsk mit angekommen einem zunächst einmal als ceo registrieren fordern einmal das fahrzeug an wovon wir gleich das design übertragen wollen wir geben uns dann einmal zu dem auto hin steigen einmal ein drücken steuerkreuz nach rechts dann gehen wir einmal auf die designs und dort bei den designs könnt ihr euch jetzt ein design aussuchen was sie haben wollte und zwar fängt das bei nummer 22 an nummer 22 ist zum beispiel das geil design nummer 23 das nackle das da sein nummer 24 das politik sein und so weiter und so fort auch diese designs werde auch alle in die video beschreibung reinschreiben das geht dann bis nummer 31 das heißt von nummer 22 bis nummer 31 könnt ihr euch dann jedes design aussuchen so in meinem fall ich kaufe mir jetzt hier die nummer 24 das politik sein dann können wir die türen werkstatt wieder verlassen als nächstes öffnen wir sind aktionsmenü dann gehen wir auf lsk mit sprint starten einmal ein sprint rennen unser freund nimmt dann die sprint einladung an als nächstes lassen jetzt die zeit einmal ablaufen so sobald das rennen dann gestartet ist geben wir uns dann zum alice customs so dort angekommen fordern wir zunächst einmal unseren ceo buzzard an wir geben uns dann zum alice customs wir drücken einmal kreis halten die dreiecktasse gedrückt dann werden wir einen unendlichen black screen bekommen join wieder dem bot im anderen ziel modus so die erste meldung die jetzt kommt die nehmen wir an die zweite meldung den wir ab die dritte meldung auch einfach annehmen dann werden wir wieder zu fußen alles kasten sport ist auf jeden fall perfekt als nächstes begeben wir uns unserem ceo buzzard arm einmal einsteigen wir öffnen einmal das handy rufen einmal den kapitän an und nun müsst ihr die ganze zeit immer mal wieder auf respawn drücken wir werden mich dann wieder unter die brücke geportet das kann schnell gehen das kann aber auch 20 oder 30 sekunden dauern bei mir hat es auch schon mal eine minute gedauert einfach immer mal wieder die respawn taste drücken dann werdet ihr sehen dass wir jetzt unter die brücke wieder geportet werden ist auf jeden fall perfekt als nächstes begeben wir uns an zu unserer yacht wir fliegen einmal über unsere yacht drüber gehen dann mit dem cursor auf persönliches fahrzeug anfordern drücken einmal die x taste suchen setzt das fahrzeug aus wo wir das design drauf haben wollen meinem fall nämlich jetzt den attent sobald das auto gespawnt ist und auf der karte sichtbar ist drücken wir die respawn taste und wenn wir jetzt wieder respawnen werdet ihr sehen dass wir jetzt mit dem neuen design in dem autos bauen und dem jahr als nächstes kann unser freund dann ganz einfach die sitzung wieder verlassen wir begeben uns dann zum alles kasten fahren einmal in es alles kassen sein ändern irgendwas am fahrzeug panzerung oder irgendwas ändern fahren wieder raus und schon ist das auto abgespeichert ja wir können einmal das auto einlagern dann das persönliche fahrzeug wieder anfordern und wenn das auto jetzt wieder spawnt werdet ihr sehen das ist das auto mit dem neuen design wieder spawnt und dem jahr leute das war es auf jeden fall schon mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein leichter lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao